Sie wünschen sich gesunde, strahlend weiße Zähne? Wir kümmern uns darum. Herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis von Dr. Tahir in Leipzig-Grünau. Schonende moderne Behandlungsmethoden und eine Wohlfühlatmosphäre stehen bei uns im Vordergrund. Auch Kinder und Angstpatienten sind in unserer Praxis gut aufgehoben. Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin und lernen Sie unsere vielseitigen Leistungen kennen. Unser Team freut sich auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017